Gab's hier Menschen, die hier niebten, sich mit ihrem Los beschieden, die zufrieden mit den Gaben, die Natur und Weisung haben? Wie uns der Beweis beweist, möcht wer an die Ostsee reisen, lieber in den Bergen sein und wer dort lebt am schönen Rhein? Ja, ist sowas nicht fürchterlich? Nein, unzufrieden bin auch ich. Warum heiße ich gerade Emil? Warum denn ich Waldemar? Warum bin denn ich semmelblond und hab kein schwarzes Haar? Warum ist mein Exterieur wie ein Stift von einem Friseur? Warum sieht man mir denn nicht an, den innerlichen Don Juan? Was den Punkterfolg bei Frauen anbetrifft, möcht ich mich trauen, eine jede zu bezirzen, leider zieh ich stets den Kürzern. Angenommen einer seh, dass ich mit nem Mädchen geh, kann da ganz beruhigt sein, die fällt auf mich niemals hinein. Nach kurzer Zeit, da schreit sie was? Ach, alles ginge nur nicht das. Warum heißt denn du gerade Emil? Ach, warum denn nicht Waldemar? Warum bist denn du semmelblond und hast überhaupt kein schwartes Haar? Warum ist dein Exterieur wie ein Stift von einem Friseur? Warum sieht man dir denn nicht an, den innerlichen Don Juan? Da im Grunde meiner Seele, ich mich mit sowas nicht quäle, auch nicht schimpfe oder fluche, sondern einen Ausweg suche, kann ich ihnen jetzt vermelden, macht ich Emil zu nem Helden. Sprach zu ihm, sei Optimist und sei mit Stolz der, der du bist. Zuerst hab ich mich nicht getraut, doch später sagte ich furchtbar laut, was hieß denn hier gerade Emil, Mensch? Ich hieß nicht Waldemar, verstehst du? Und ich bin auch nicht semmelblond, du. Ich habe nirgendwo ein schwarzes Haar, Tatsache. Und wenn auch mein Exterieur, wie ein Stift von einem Friseur, so sieht, wer es will, mir schon an, meinen innerlichen Don Juan. Amen.